Meine Schwester hat mich über das Handy erreicht, habe sie jetzt für einen Grillbrand gehalten. Ja, habe das mal höher dann gesehen. Mein Schwager, wenn sie den Wein sehen, zittern sehen, geht einem das Ganze so nah, dass man selbst anfängt zu zittern. Und ich sage, das ist einfach nur ein Schock. Die Ermittlungen richten sich zunächst jetzt erstmal gegen den 40-jährigen Mann, der mit diesem Gasflümer gearbeitet hat. Hier steht mindestens also eine fahrlässige Einsetzung im Raum. Die ersten Prognosen sind, dass das Haus dieses Jahr nicht mehr bewohnt sein wird. Meine Schwester hat mich über das Handy erreicht, habe sie jetzt für einen Grillbrand gehalten. Ja, habe das mal höher dann gesehen. Mein Schwager, wenn sie den Wein sehen, zittern sehen, geht einem das Ganze so nah, dass man selbst anfängt zu zittern. Und ich sage, das ist einfach nur ein Schock. Die Ermittlungen richten sich zunächst jetzt erstmal gegen den 40-jährigen Mann, der mit diesem Gasflümer gearbeitet hat. Hier steht mindestens also eine fahrlässige Einsetzung im Raum. Die ersten Prognosen sind, dass das Haus dieses Jahr nicht mehr bewohnt sein wird. Nicht mehr bewohnt sein wird. Nicht mehr bewohnt sein wird. Woher nögt die denn da? Doch, da ist ein letzter drin. Ja, das würden die die Dinge da machen, oder? Ja, ich bin da oben. Ich bin da oben. Na bin ich da oben. Nicht mehr bewohnt sein wird. Ja, ich bin da oben. Ich bin da oben. Wie ist das passiert? Neben brennt es doch auch. Hallo? Die grünen. Das war's für heute. Nein, die machen auch vernünftige Arbeit, die machen ja nicht alles selbst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Kasse? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.